Herzlich willkommen meine lieben Luftzeichen Zwillinge, Waage, Wassermann Ja, ich freue mich, dass du hier bist Ich möchte mit dir hier gerne in die erste Monatshälfte vom Januar 2023 schauen Vom 1. bis zum 15.01.2023 Ja, wir sind im Übergang Vielleicht hast du das Jahr schon gewechselt Vielleicht stehst du noch kurz davor Auf alle Fälle sind wir hier in dieser Übergangszeit Das Jahr 2023 von uns allen wahrscheinlich sehnsüchtig erwartet Und es gibt spannende Neuigkeiten Es gibt spannende neue Energien Und bevor ich hier starte, möchte ich dir von Herzen Danke sagen Danke dafür, dass du meine Videos anschaust Danke für die wundervollen Nachrichten Für die Kommentare, für die Likes, für die Abos Also ganz, ganz herzlichen Dank Ich freue mich immer sehr, sehr Wenn ich da in die Statistiken schaue Und ich bin zutiefst berührt Auch von den Kommentaren Ja, jetzt schauen wir hier Und wenn du Sonne, Ascendent oder Mondzeichen in einem Luftzeichen Also sprich Zwilling, Waage, Wassermann zu stehen hast Dann bist du hier ganz, ganz herzlich willkommen Ich möchte jetzt mit vier Orakelkarten mal so ein bisschen das Thema ausleuchten Worum es für dich in dieser ersten Januarhälfte gehen kann, möchte Und dann mit dem Tarot schaue ich mal auf die aktuelle Situation Und es wird eine Fortsetzung geben zu diesem Video Und in dieser Fortsetzung schaue ich dann mal auf das, was dir noch nicht so bewusst ist Auf das, ja, was du da gerade noch erkennen darfst Was in dein Bewusstsein aufsteigen darf Also, meine lieben Luftzeichen Zwilling, Waage, Wassermann Auf geht's Nimm dir gerne eine Tasse Kaffee Lehn dich zurück Entspann dich Und wir tauchen ein in die Energie Vom ersten Wow Bis zum 15. Januar So Oha, hier Tschakalaka New Beginnings Der Nah Neustart Alles auf Anfang Alles auf ganz neu Ja, Neustart in jedem Bereich wahrscheinlich Oder in dem Bereich, der für dich gerade ansteht Du lässt hier Altes hinter dir Du beginnst nochmal von vorn Oder anders ausgedrückt Du reist mit leichtem Gepäck Das ist eine wundervolle Energie Gerade jetzt hier auch so in den Jahreswechsel hinein Wir starten das neue Jahr mit einem Neuanfang Ja, wie auch sonst Super schön Lass uns direkt weiter schauen Das ist definitiv zu viel Denn ich möchte hier Eine Karte bitte auch Eine Karte Um mal hin zu spüren Um mal hin zu spüren Wohin es geht Das vorankommen Und ich habe gerade so das Gefühl Meine lieben Luftzeichen Ihr seid hier wirklich getragen Von Wassermannenergie Wassermannenergie wird im ganzen kommenden Jahr Eine große Rolle spielen Hat sie bisher auch schon Und ja, es geht hier echt vorwärts Ob du getragen wirst Ob du selber läufst Ob du mit anderen mitgehst Also dieser Vogelstrauß oder Emu Der läuft ja hier Aber er trägt auch hier eine Windmühle Auf dem Rücken Ob du vielleicht sogar auch Rückenwind bekommst Weil auch so ein Ballon Der hier mit abgebildet ist Dem tut ja so ein bisschen Rückenwind Auch ganz gut, dass der vorankommt Sehr spannend Also vorankommen Neustart und vorankommen Ich bin ziemlich gespannt Wie die weiteren Karten sich hier zeigen Eine Karte möchte ich bitte auch hier Eine Karte Neubeginn und vorankommen Echt super Eine Karte bitte für meine Luftzeichen Da dreht sie sich schon rum Aus der Vogelperspektive Betrachte dein Leben aus der Vogelperspektive Nimm einen größeren Blick ein Ja, so als Luftzeichen Du bist schon So die Energie, die hier wirklich, wirklich inspiriert Vielleicht hast du einen größeren Blick auf ein Bild Vielleicht hast du komplett neue Ideen Die du aus der Vogelperspektive betrachtet Jetzt in die Welt bringen kannst Echt abgefahren hier Also wirklich Ja, ich kann nur sagen Neuanfang, ne? Neue Wege, neue Richtungen Vorwärtskommen in deinen Ideen Das größere Bild im Blick Also ich glaube, dir geht es wie mir Ich bin sehr gespannt Erstens, was jetzt hier noch kommt Und zweitens dann eben auch darauf, was das Tarot dazu sagt So, das sind wieder zwei Das wird nichts Eine Botschaft bitte Auch hier eine Botschaft Für meine Luftzeichen Ja, und ohne Luft hier Mein Vogel hier Oder das ist eine Eule Die kann ja gar nicht liegen, ne? Ohne Luft Die bewegt sich in der Luft Und wir haben hier die Familie Vielleicht eine ganz neue Vision von Familie Vielleicht ein ganz neues Bild Auf Familiensysteme, Familienstrukturen Gerade auch so von der Vogelperspektive aus Ganz viele Seelenfamilien werden zusammenfinden Das weiß ich selber schon Auch im familiären Bereich wird sich einiges verändern Vielleicht gilt es da auch neu anzufangen Oder mal das größere Bild aus der Vogelperspektive zu betrachten Ja, weil wir hier schon so viel Vogel haben Haben wir direkt ein Vogelnest Wir starten mit den vier Schwertern Und da geht es nochmal darum Dir selber Raum zu geben Das ist eine Karte der Heilung Der inneren Einkehr Des bei dir Ankommens Die Frau hat sich hier in dieses Nest eingekuschelt Vielleicht brauchst du auch noch ein bisschen Entspannung und Ruhe Bevor hier dieser Neustart losgeht Die liegt da Die hat ihr Herz vor sich liegen Auch das darf heilen Das ist wirklich eine Karte Eine Energie der Herzheilung Des Ausruhens Des, ja, Besinnens Des Rückzuges Um wirklich in deiner Energie anzukommen Die Königin der Münzen Und da geht es um deinen Selbstwert Und ganz ehrlich, liebes Luftzeichen Bei allem Vorwärtsgang hier Darfst du dir auch mal über deine eigenen Bedürfnisse bewusst werden Du darfst dir selber gerne liebevolle, nährende Energie und auch Räume schaffen Du darfst, ja, dir eine Hühnersuppe kochen Du darfst dich an dich ankuscheln Du darfst dieses Gold in dir erkennen Oh, meine lieben Luftzeichen Und die zwei Kelche Energien, die fließen Energien, die in Balance und Harmonie fließen Energien, die ausgewogen sind Wir haben zwei gefüllte Kelche Die ihre Energien verbinden Das kann jetzt sein, dass du hier Sehnsucht hast Dass hier ein Mensch in dein Leben kommt Mit den zwei Kelchen Es kann aber auch sein, dass du ganz schlicht und ergreifend In dieser Ruhephase Deine inneren Energien klärst Deine männliche und weibliche Energie in Balance bringst Auf alle Fälle ganz tiefe Heilung Und ich glaube, dass dich das Ganze hier Ja, ein Stück weit unterstützt Im Neuanfang Vielleicht ist es auch ein Neuanfang Für dich, liebes Luftzeichen Einfach mal auf deine körperlichen Befindlichkeiten zu schauen Es dir gut gehen zu lassen Wirklich gut für dich zu sorgen Und ja, dir mit dem, was dir gut tut Dich damit auch zu nähren, zu unterstützen So, das sind hier derweil immer wieder zu viele Wir schauen weiter Was? Aha, guck mal, geht doch Und dann einen ganz, oh, super schön Einen ganz klaren Fokus zu setzen Nämlich aus der Vogelperspektive heraus Vielleicht hast du in dir das Gefühl Okay, jetzt geht es in eine neue Richtung Aber du fühlst dich vielleicht noch ein bisschen erschöpft Gerade auch so Vielleicht von den Feiertagen Von dem Jahreswechsel Vielleicht sogar vom kompletten vergangenen Jahr Und du darfst mit dieser Vogelperspektive Auch nochmal so ein bisschen Rückschau halten Weil der Narr hier Der reist ja mit leichtem Gepäck Und aus der Vogelperspektive erkennst du Was dir dient Was dich nährt Und was dir nicht mehr dient Und dann kannst du einen ganz klaren Fokus setzen Auf das, wohin diese Reise gehen möchte Das Ass der Schwerter Das ist auch die Entscheidung Das ist auch die Entscheidung jetzt Neue Wege zu gehen Oh, und es ist die Entscheidung hier Die ein oder andere Grenze zu ziehen Vielleicht sogar auch in Bezug auf Familie Auf Ursprungsfamilie Wo hier vielleicht Menschen dabei sind Die dich in deinem Vorankommen nicht bestärken Also die haben wir alle hier irgendwo so ein bisschen Das können auch Glaubenssätze aus dem Familiensystem sein Die da sagen Nö, das kannst du doch nicht machen Das geht doch nicht Das darfst du doch nicht Und da gilt es mutig zu sein Grenzen zu ziehen Hast du auch schon gemacht Aber wir haben hier auch nochmal so diese gewisse Form der Erschöpfung Die Frau steht hier zwar Hält noch ihren Stab Hält sich auch ein Stück weit an diesem Stab fest Ist vielleicht noch nicht so ganz erholt in ihrer Kraft Und sie spürt aber, es ist an der Zeit jetzt hier Ja, eine Grenze zu setzen und für das eigene Wachstum einzustehen So, eine Karte bitte noch Ja, und hier zeigt sich eventuell sogar auch nochmal ein Stück Traurigkeit mit den fünf Kältchen Weil ich glaube nämlich, dass diese beiden letzten Karten sehr auch hier mit dieser Familie Ja, korrespondieren, einhergehen Vielleicht gibt es hier wirklich Grenzen zu setzen Vielleicht ist hier etwas geschehen Was dich sehr bekümmert Wir haben hier mit den fünf Kältchen wirklich den tiefen Kummer Was du hier gerade noch betrauerst Das ist schon da Weil dieser Kältchen, der hier steht Das ist einer dieser zwei Kältchen Die dich hier wirklich auf neue Wege bringen können Es bedarf deiner Entscheidung, hier genau hinzuschauen Und vielleicht nochmal an den Anfang zurückzugehen Und in dir anzukommen Dir eine Pause zu gönnen Und nochmal die Energien durch dich hindurch fließen zu lassen Ich finde das sehr, sehr spannend Vor allen Dingen, weil wir an der Unterseite auch eine spannende Energie haben Da haben wir nämlich die sechs Stäbe Nein, Quatsch, die sechs Schwerter Die sechs Schwerter, wo es auch wieder um Aufbruch geht Aufbruch zu neuen Ufern Und ganz gleich Ob du zu einer Reise aufbrichst Oder ob du dich von dem Urlaubsziel verabschiedest Es liegt immer so ein bisschen Wehmut in dieser Energie Und das kann durchaus auch hier diese fünf Kälte sein Das, was du zurücklässt Das, was dir bisher gedient hat Da kann schon so ein bisschen Traurigkeit sein Und ja, es geht einfach auch darum, tiefer zu schauen Hinter diese ganzen Themen zu schauen Vor allen Dingen, weil ich wirklich spüre Dass es hier ein kraftvoller Neuanfang ist Vielleicht ist es auch ein Neuanfang Das kann jetzt für den ein oder anderen von euch zutreffen Eine Familie wieder zu vereinen Das, was getrennt war, wieder zusammenzuführen Sei es als Ursprungsfamilie Sei es auf der Ebene der Seelenfamilien Vielleicht ist hier etwas geschehen Was lange Zeit dein Leben überschattet hat Wo du jetzt hier merkst Okay, ja, ich habe da Grenzen gezogen Vielleicht waren die ein bisschen starr Vielleicht darf ich da etwas lockerer werden Vielleicht darf da ein neues Aufeinanderzugehen stattfinden Und es kann aber eben genauso gut sein Dass hier kein Aufeinanderzu mehr möglich ist Und du daher traurig bist Und doch ganz genau weißt auch Dass du aufbrechen musst zu neuen Ufern Es ist ziemlich interessant Ich habe bei den oberen Karten noch gedacht Brauchen wir überhaupt eine Fortsetzung? Doch ja, brauchen wir Weil ich nämlich herausfinden möchte Jetzt mit dir gemeinsam Was sich da in der Tiefe abspielt Welche Energien da unbewusst da sind Was dich unterstützt Was dir hilft Dich klar zu fokussieren Weil mit dem Ass der Schwerter Ist da ein klarer Fokus Und es ist eben bei allem, was da ist Ein Neubeginn In welche Richtung Wir schauen es uns an Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal